Der Prolog von Ochid vom 18. November Gedenken Der heilige Märtyrer Platon stammte aus Ankera in Galatien. Er war von Geburt an Christ und wurde christlich erzogen. Schon als junger Mann zeigte er große Vollkommenheit in jeder Tugend. Platon verbarg sein Glauben an Christos, den Herrn, nicht, sondern verkündete ihn offen, wobei er die Götzenanbeter für ihre Anbetung lebloser Gegenstände anstelle des lebendigen Schöpfers verurteilte. Dafür wurde er vor den Gouverneur Agrippinus vor Gericht gestellt, von ihm verhört und grausam gefoltert. Als ihm der Gouverneur riet, dem Tod zu entgehen und sein Leben durch Anbetung der Götzen zu retten, sagte Platon, es gibt zwei Tode, den zeitlichen und den ewigen. So gibt es auch zwei Leben, eines von kurzer Dauer und das andere ohne Ende. Dann unterzog Agrippinus ihn noch heftiger Martern. Neben anderen Torturen wurden rotglühende Bälle auf seinen bloßen Leib gelegt. Dann schnitten sie Streifen aus seiner Haut heraus. Quält mich noch heftiger, rief der Märtyrer den Folterern zu, sodass deine Unmenschlichkeit und meine Langmut deutlicher zutage treten. Als ihn der Folterer daran erinnerte, dass sein Namenswetter, der Philosoph Platon, ein Heide war, erwiderte der Märtyrer, ich bin nicht wie Platon, noch ist Platon wie ich, abgesehen vom Namen. Ich lerne und lehre die Weisheit Christi. Doch Platon war Lehrer einer Weisheit, die Torheit ist vor Gott. Danach wurde Platon ins Gefängnis geworfen, wo er 18 Tage ohne Nahrung und Wasser blieb. Als sie wachen, erstaunt waren, dass Platon so lange Zeit Hunger und Durst überleben konnte, sagte er ihnen, ihr werdet von Fleisch gesättigt, ich aber durch heilige Gebete. Wein macht euch froh, doch mich erfreut Christos, der wahre Wein. Platon wurde im Jahr 266 enthauptet und empfing seinen Kranz der ewigen Herrlichkeit. Die heiligen Märtyrer Romanos und Barolos Der heilige Romanos war Diakon in der Kirche von Caesarea und verkündete voller Eifer das Evangelium in Antiochia. Eines Tages gab es dort ein Fest für die Götzen. Der Stadthalter von Antiochia namens Asklipiades begab sich zu einem heitischen Tempel, um Opfer darzubringen. Doch Romanos trat ihm in den Weg und sagte, du sündigst, wenn du zu den Götzen gehst. Die Götzen sind keine Götter. Christos ist der einzig wahre Gott. Der erboste Stadthalter unterwarf Romanos Matern und ließ ihn erbarmungslos auspeitschen und zerkratzen. Dabei erblickte der heilige Romanos sein Kind namens Barolos und sagte zur Asklipiades, Sogar ein kleines Kind hat mehr Verständnis als du, alter Mann, denn es kennt den wahren Gott, du aber nicht. Der Stadthalter befragte Barolos über sein Glauben und das Kind bekannte Christos, den Herrn, als den einen wahren Gott im Gegensatz zum unwahren Götzenkult. Asklipiades befahl, den jungen Barolos zu enthaupten und den heiligen Romanos im Gefängnis zu erdrosseln. So erhielten im Jahr 303 diese beiden Märtyrer das Reich Gottes zum Erbe. Lobeshymne Die heiligen Märtyrer Romanos und Barolos Barolos sah die Matern des heiligen Romanos und Romanos sah Barolos traurig und drehenvoll. Barolos hat eine kindlich unschuldige Seele. Barolos hat ein Herz reiner als eine Lilie. Und der verschlagene Stadthalter bat Barolos, Komm, mein Kind, ohne Bestechung, sprich die Wahrheit. Ist Christus besser oder sind es unsere Götter? Christus ist viel besser als eure Götzen. Würde ich es wissen, hätte ich dich nicht gefragt, Kind. Warum ist Christus besser? Komm, sag es mir. Christus ist der Schöpfer der Welt. Götzen sind Fantasien aus dem Reich der Dämonen. Der Stadthalter, jetzt der Bost, schlug das Kind. Doch das Kind freute sich darüber und sprach lauter. O Menschen, lasst ab von den verfluchten Dämonen. Christus allein ist Gott. Er erleuchtet die Menschen. Barolos Mutter stand dabei und ermutigte ihren Sohn. Werde würdig, O Sohn, des Rangs des Materiums. Wie ein Lamm unter dem Schwert beugte Barolos seinen Nacken und verherrlichte Christus, sich selbst und seine Mutter. Betrachtung Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin. Matthäus 5, Vers 39 Befall der Herr Dies ist die kürzeste und klarste Lehre über die Demut. Die boshaften Dämonen fürchten keinen Menschen so sehr wie einen, der von Gottes Geboten erfüllt ist. Es gab einen reichen Adeligen in Alexandria, der eine junge Tochter hatte, in die ein böser Geist fuhr und das Mädchen verlor den Verstand. Jemand sagte dem verzweifelten Vater, dass keiner fähig sei, seine Tochter zu heilen, außer Mönchen, Einsiedlern, die in der Wüse lebten und hin und wieder nach Alexandria kamen, um ihre Körbe zu verkaufen, die sie geflochten hatten. Doch keiner von ihnen würde in das Haus eines reichen Adeligen gehen, wenn man ihn dorthin rufen lassen würde. Es wäre daher das Beste, er würde ihr Körbe kaufen und sie in sein Haus einladen, um dort die Bezahlung zu empfangen. Dann, auf dem Weg nach Hause, sollte er sie bitten, zu Gott für alle Hausbewohner zu beten und besonders, dass er dem verrückten Mädchen helfen möge. Dies tat der Vater. Er ging zum Basar am ausgemachten Tag und fand einen der Schüler des heiligen Makarios, der dort Körbe verkaufte. Schnell kaufte er die Körbe auf und bat den Mönch, mit in sein Haus zu kommen, um die Bezahlung dafür zu empfangen. Als sein Mönch das Haus betrat, sprang das verrückte Mädchen plötzlich vor ihn und schlug ihn auf die Wange. Der Mönch bot ihr schweigend die andere Wange dar. Da kreischte der böse Geist mit einem furchtbaren Schrei und verließ das Mädchen. Und sie wurde ruhig und vernünftig. Als der Mönch in die Wüste zurückkehrte, berichtete er den Altvätern, was geschehen war. Und sie alle verherrlichten Gott, der solch große Macht jen verleiht, die seine Gebote erfüllen. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundersame Schöpfung der Welt. Genesis 1 Wie Gott am fünften Tag alle lebendigen Wesen schuf, die im Wasser lebten, und das Geflügelte der Lüfte. Wie Gott sie segnete und sprach, Seid fruchtbar und mehret euch. Homilie über die Liebe Christi, die alle Erkenntnisse übersteigt. Und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnisse übersteigt. Epheser 3, Vers 19 Die Liebe, die die Erkenntnisse übersteigt, die unser Verstehen übertrifft, das ist die Liebe Christi. Niemand kann sich eine Vorstellung von der Größe dieser Liebe machen, solange Christos noch nicht Wohnungen in ihm genommen hat. Kann jemand, der niemals Honig gegessen hat, irgendeine Vorstellung davon haben, wie er schmeckt? Wenn Christos einmal durch den Glauben in das Herz des Menschen gelangt ist, dann erfährt der Mensch den unersprechlichen Geschmack der Liebe Christi, ihren süßen und berauschenden Duft und ihr allumfassendes Wesen. Wie der Mensch, der Christus im Herzen hat, die Breite und Länge und Tiefe und Höhe des Wissens der göttlichen Weisheit berührt, so berührt auch der Mensch, der Christus in seinem Herzen hat, den endlosen, rollenden Ozean der Liebe Christi. Oh meine Brüder, wie schwach sind Worte, wenn wir von der Liebe Christi zu sprechen versuchen. Nirgends sind sie so schwach und unwirksam wie hier. Wahrlich. Was kann man sagen im Angesicht solch erstaunlicher Beweise seiner Liebe? Er erschafft uns aus Liebe, nimmt Fleisch an aus Liebe, er duldet Schande und Tod durch Liebe und aus Liebe öffnet er die Himmel und offenbart uns die ewig währende Herrlichkeit, die für uns vorbereitet ist. Das, was wir aufgezählt haben, ist nur ein kleiner Teil jenes unerschöpflichen Reichtums, jener Herrlichkeit, Schönheit und lebensspendender Speise, die die Liebe Christi genannt wird. O wann werden wir durch den Glauben würdig sein, dass der Herr Jesus in unseren Herzen wohne, sodass wir seine unersprechende Liebe erfahren können. O Herr Jesus Christus, unser Leben, unsere Weisheit und unsere Liebe, reinige uns und nimm Wohnung in uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.